Das Besondere bei dem Projekt ist, dass sich zwei Chüre treffen. Der Konzertchor Leipzig und ein Teil des Philharmonischen Chors aus Dresden. Beide Chöre arbeiten in ähnlicher Art und Weise an selben Repertoire-Schwerpunkten. Konzertchor Leipzig hat Schwerpunkt Chorsymphonik, bei uns in Dresden ist es genauso. Die Arbeitsweisen sind dieselben und das Interessante ist einfach bei den Begegnungen, dass man dann diese beiden Chorgemeinschaften zusammenführt, dass man sie klanglich auf einen Pfad führt, wo sie sich begegnen können, wo sie ihn einfach quasi als neuer Chor verschmelzen und dass das große Werk Mozart-Pierre mit diesem Erklingen wird. Jedes Stück ist ein abgeschlossenes Werk für sich. Ich finde die Verbindung einfach sehr, sehr spannend, Mozart-Pierre einzubinden mit Abopert, Dapazem, dieses doch sehr eindringliche Werk, Mausberger, mit sehr großen Aussage eben auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist natürlich so, dass wir Vokalmusik hier darbieten und Vokalmusik hat immer auch einen Text. Und dieser Text hat eine ganz klare Aussage, also gerade Dapazem, Dapazem, Mausberger, und natürlich auch das Mozart-Requiem, das wir in diesem Fall ja für die Verstorbenen und die vielen Opfer des Ersten Weltkrieges singen. Also man ist hier schon darüber im Klaren, dass diese Texte eigentlich zur Folge haben, dass man dann gar keine Worte mehr hat. Also ich glaube, dass Emotionen in einem dann ausgelöst werden, wo man ganz sprachlos wird. Und bei Musik ist ja das Schöne, dass es das sagt, was mit Worten nicht mehr gesagt werden kann. Das heißt, wir nehmen noch eine zusätzliche emotionale Ebene dazu. Also Frieden ist nicht selbstverständlich, Freiheit ist nicht selbstverständlich. Und wir als Musiker haben nicht nur die schöne Möglichkeit, was dafür zu tun ist, sondern wir haben eigentlich auch die Pflicht. Und ich finde es sehr berührend, dass so viele Menschen sich zusammenfinden. Und ich finde es auch sehr schön, dass man zwei Dirigenten bei so einem Konzert hat, weil das ist auch ein Zeichen für Harmonie, für Zusammenarbeit. Und das ist die Basis von Frieden, Verständigung, Zusammenarbeit. Und das ist auch schon matters. Ich bin SAP Amen.